Das ist doch alles nicht wahr. Ich muss schon wieder niesen. So, das ist denn nur jetzt los hier. Meine Fresse. Alter, nee, so viel Redstone kann ich auf keinen Fall mitnehmen, obwohl ein Stack kann ich mir mal voll machen. Schaden kann es ja nicht. Und müssen bauen wir uns halt irgendwann mal was in Staffel 3 mit Redstone. Nicht in Staffel 2, das wird uns zu knapp. 57. 62, gut, das reicht jetzt aber auch. So, hier ne Fackel. Da haben wir Gold. Jans viel Gold. Diamanten. Einen Diamanten haben wir jetzt gefunden. Hat sich ja gelohnt. Aber wir sind nicht auf Diamantensuche, sondern wir sind auf der Suche nach was viel Wertvollerem. So, hier geht es jedenfalls nicht weiter. Okay, das heißt wir können hier wieder raus, aber das Gold kann man noch mitnehmen. So. Ich sollte mal besser nicht rückwärts laufen. Scheiße. Mensch, dir muss doch irgendwo Melonen geben. Nee, das glaube ich doch nicht, dass man hier so eine Riesenhöhle findet. Und dann gibt es keine Melonen. Ja, super. Jetzt habe ich es auf Eisen gesetzt. Ist da oben jetzt noch was, oder? 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 Stirb du Penner! Alter! So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da rüber? Kann ich den da? Ja. Oh, dann machen wir das hier mal weg. So, dann machen wir mal hier einen sicheren Steg nach drüben. Einen sicheren Steg nach drüben. Zu einer Sackgasse, so wie es aussieht. Alter, was sind denn hier für Gänge? Der wird ja da unten in der Pfanne verrückt. Und hier war auch noch Eisen. Und NPC-Dörfer soll es ja jetzt auch geben. Also nach diesem Update, was da jetzt eben gewesen war. So. Haben wir das hier oben auch? Das heißt, ich setze hier nochmal eine Fackel. Scheiße, wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Hä, hä, hä. Was war hier hinten? Zombie, okay. Wieso kommt der hier hoch? Scheiße. Ich habe mich komplett verlauf... Nein, das ist nicht euer Ernst. Das muss doch hier alles eigentlich komplett gut ausgeleuchtet sein. Das ist nicht euer Ernst. Spinne. Diamanten. Spitter. Stirb. Wieso treffe ich nicht? Na, jetzt. So, mal die Wasserläufe ausstellen. Na, jetzt. So. Alter. Alter. Ihr wollt euch doch fertig machen, oder? Natürlich komme ich da nicht ran. Erstmal was essen hier. Sollte ich auch wirklich langsam mal wieder rausgehen, weil sonst sieht es mit der Nahrung schlecht aus. Alter, ist hier das ganze Schneegebiet? Untermauert? Also unterhöhlt? Boah, hier geht's noch weiter. Boah. Ich könnte jetzt natürlich die Playlist wechseln, weil die passt jetzt gerade eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz in die Höhle und mal schauen, ob wir Melonen finden. Jetzt wird hier schon wieder so ein... Okay, hier war ich also schon. Ach, das ist das hier. Okay. Aber da hinten geht's noch irgendwo hin. Und wo waren jetzt die Diamanten? Da waren die Diamanten. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ach, du Kack-Skelett. Au. Na komm schon. Hä? Ist hier irgendwo ein Skelett-Spawner? oder so? So. Aber hier ist anscheinend schon wieder eine Sackgasse, oder? Och, nö, Leute. Nee. Nee. Das glaube ich nicht. Das. Das. Also, das grenzt echt schon an Perversität. Ach, hier war ich schon. Okay. So. Allerdings habe ich keine Ahnung, wo wir uns jetzt genau befinden. Das Eisen nehme ich nochmal mit. Und ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber das kann ich ja jetzt nicht in der Höhle bringen. Oder kann ich das in der Höhle bringen? Äh, 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 äh. Gold kann man auch nochmal mitnehmen. Vielleicht kann man es ja später nochmal gebrauchen. Obwohl, wir brauchen ja sowieso Gold, weil ich hab da ja was vor. Alter, wie viel Gold hier auch ist. Und wie viel Eisen hier auch ist. Und wie viel Abzweigungen hier auch sind. Meine Spitzhacke ist gleich schon wieder im Arsch. So. Äh, äh, ja, ich hatte ja was vor mit dem Gold. Also wir brauchen es auf jeden Fall. Allerdings so viel, wie wir jetzt schon haben, so viel werden wir sowieso nicht brauchen. Da hinten war man auch schon mal, da sehe ich Kobbelstow. Ach, jetzt sind wir hier bei dem... Ach so. Ja, ich hab mich schon gefreut. Ach, jetzt komm mal, jetzt haben wir doch einen Umweg gefunden um die Lava drumherum. Dem war aber doch nicht so. Bisschen gefährlich hier gerade. Vier Diamanten haben wir mittlerweile schon mal wieder gesammelt. Boah, aber ich kann doch jetzt nicht in der Höhle eine Aufnahmepause bringen. Aber wenn ich jetzt hier... rausfinden... ...wölte, brauche ich wahrscheinlich sowieso nochmal eine komplette Aufnahme. So ist das. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich... Och, Mensch, da geht's doch mal weiter. Das geht's doch nicht. Wieso ist hier Obsidian? Das gibt's doch nicht. Nee, Leute. Nee, da geh ich jetzt nicht lang. Minecraft und deine Höhlen. Aber das Lapislazuli kann ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen. So viel will man von dem Zeug finden, da können wir bald eine eigene Kiste für aufmachen. So, da hinten war ich ja schon. Hier ist nochmal Gold. So. Pflastersteine haben wir jetzt dann auch bald reichlich. Pilze. Ich brauche nochmal Fackeln. Ach, Mensch, hier geht's nach oben. Ach, diese Erkundungssucht, das ist aber auch... Sackgasse. Also wenn man einmal in eine Höhle reingegangen ist, hat man auch so eine extreme Erkundungssucht. Also man will es dann einfach auch erkunden. Und ich nehme jetzt schon wieder anderthalb Stunden auf, obwohl ich eigentlich nur eine aufnehmen wollte. Und ich nehme diese. Oder? Ja.